Willkommen zu Let's Play Minecraft, jetzt Minecraft Beta 1.8 und ich muss euch etwas mega geiles zeigen, die Himmelsstadt, so heißt meine Welt. Ich lad sie mal und das hier ist kein Mod. Das ist ein unterirdischer, was weiß ich, Tempel, nenn ich's mal. Das sieht aus wie bei GLP dieses Zelda-Ding, das haben bestimmt die ein oder anderen mal gesehen. Aber es ist kein Mod. Ich hab mich halt in den Berg, weil das ist Creative-Mod, einfach mal runtergegraben und halt gesprengt und so. Ne, hier kann man nicht lang. Und auf einmal bin ich dann halt hier reingekommen. Das ist so riesig groß, ich hab jetzt da schon viel davon ausgeleuchtet, ich müsste mal wieder auf den Hauptweg zurückfinden. Leute, noch ein Raum, sehr gut. Also, ich wusste nicht, dass sowas überhaupt angekündigt wurde von Notch. Ich fände es gut, wenn dieses Video schön verbreitet wird von irgendwem, weil das muss man einfach verbreiten, dieses Video, weil zumindest diese Höhle hier, das ist ja unglaublich. Ich kann ja Gronkh mal die Welt schicken, dann kann Gronkh hier mal kommentieren. Das wäre natürlich der Hammer. Muss ich mal überlegen, ob ich das nachher mache. Auf jeden Fall, jetzt habt ihr was gesehen hier. Rennen kann man übrigens auch, toll, ne? Ja, hier, TNT, alles mögliche, damit hab ich's gesprengt. Ich lauf jetzt hier grad irgendwie im Kreis, weil ich grad nicht weiß, wo's hier rausgeht. Ich hab mich nämlich ordentlich verlaufen, glaub ich. Ja, hier findet man bestimmt auch nicht mehr raus. Kann man hier auch irgendwo da rüber. Ja, gehen wir mal da lang. Das ist übrigens auch kein Mod, was ich hier grad mach mit dem schnellen Zerschlagen. Das ist auch keine Ultimate Fist. Und das ist, äh, hier, Creative Mod. Das ist also alles auf legalem Wege entstanden. Da ist nix mehr. Doch, da ist auch noch... Loil, was ist denn hier? Loil, was ist denn hier? Das sieht so Hammer aus einfach. Diese Welten, die hier generiert worden sind. Also das ist wirklich... Hier war er schon mal. Gehen wir mal hier lang. Vielleicht ist hier noch was. Nee, ist auch nix mehr. Hier ist die Bücherei. Genau, die hatte ich auch noch gefunden. Hier ist eine unterirdische Bücherei reingekloppt mit Spinnenweben und allem. Hier war eine Treppe. Boah, Spinnenweben. Spinnenweben. Ey. So. Hier oben war auch noch ein Raum. Das weiß ich. Hier ist auch irgendwo... Genau, hier ist der Kronleuchter. Da unten ist eine Kiste. Von hier kam ich ursprünglich. Da bin ich nämlich einfach mal hier reingegraben. Moment, hier ist die Kiste. Da waren zwei Bücher drin. Wo sind sie? Da. Zwei Bücher. Genau. Da sind sie. So. Mit Blick auf die... Wenn das hier nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht Bescheid. Gerade ist Minecraft abgestürzt. Mit diesem Blick hier auf den Kronleuchter, auf alles, verabschiede ich mich von diesem Video. Verbreitet ist, verlinkt ist überall. Das muss man einfach gesehen haben, diese Welt. Das ist kein Mod. Nichts geteatet. Nicht selbst gebaut. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal.